Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianeum. In dem es heute mal wieder, wie könnte es anders sein um Corona und die jüngsten Entwicklungen, einmal im Hinblick auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, aber auch im Hinblick auf das, was das Bayerische Kabinett derzeit miteinander diskutiert, geht. Uns haben eine ganze Reihe von Zuschriften aus eurer Mitte dazu erreicht. Ich greife stellvertretend diejenige von der Nora aus Würzburg heraus. Die Nora hat mir geschrieben, gibt es jetzt wirklich nur noch Freiheit für Geimpfte? Müssen auch Kinder geimpft werden? Und wie steht ihr Freien Wähler zur Empfehlung in Sachen Inzidenzzahl? Ja, liebe Nora, eine ganze Reihe von Fragen, zu denen ich sehr gerne Stellung nehme. Ich fange vielleicht mit der jüngsten Empfehlung des RKI an im Hinblick auf die Bedeutung der Inzidenzzahl. Deshalb, weil das in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen mein Herzensthema, meine Herzensangelegenheit gewesen ist und weil es mich natürlich sehr freut, wenn jetzt das RKI seitens seiner wissenschaftlichen Expertise die Position, die wir Freien Wähler da schon seit über einem Jahr vertreten, auch wissenschaftlich unterfüttert und bestätigt. Worum geht es? Es geht um die Frage, ob es denn sinnvoll ist, jeden Morgen beim Aufschlagen der Zeitung wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Inzidenzzahl zu starren und alle Corona-Maßnahmen in Bayern einzig an dieser alleinigen mathematischen Kennziffer festzumachen. Ich war schon immer fest davon überzeugt, dass das nicht sinnvoll ist, dass wir einen breiteren Blick auf die Pandemie brauchen, dass es notwendig ist, dass wir uns auch andere Marker der Pandemie anschauen, beispielsweise die Auslastung unserer Krankenhäuser, die Todeszahlen, aber auch die Anzahl der Positivrate, der Tests und vieles mehr. Und zwischenzeitlich zeigt sich jetzt in der Entwicklung, dass durch die zunehmende Durchimpfung der bayerischen Bevölkerung, also dadurch, dass unsere Impfkampagne jetzt endlich Fahrt aufgenommen hat, rasanter geworden ist, das zeigt, was immer zu erwarten war, nämlich, dass mit zunehmender Durchimpfung die Aussagekraft der Inzidenzzahl abnimmt. Es gibt also nachgerade eine begrüßenswerte Entkopplung zwischen der Hospitalisierung und den schweren Verläufen, den Todesfällen auf der einen Seite und dieser Inzidenzzahl auf der anderen Seite. Und genau deshalb ist es jetzt wichtig, das zu tun, was zwischenzeitlich auch das RKI empfiehlt und was wir Freien Wähler immer schon so vorgeschlagen haben, nämlich uns zu lösen aus dieser ideologischen Engführung auf die Inzidenzzahl als quasi alleinselig machende Kennziffer der Corona-Krisenbewältigung. Wenn wir im Herbst nicht wieder von Lockdown zu Lockdown uns hangeln wollen, dann müssen wir unser Instrumentarium in der Krisenbewältigung jetzt breiter aufstellen. Dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es diese Entkopplung gibt, um dann eben nicht im Herbst der hoffentlich leere Krankenhäuser, aber trotzdem geschlossene Schulen und trotzdem Lockdowns zu sehen. Daher jetzt also wichtig, das zu machen, was zwischenzeitlich auch das RKI empfiehlt, uns von dieser alleinigen Fokussierung auf die Inzidenzzahl zu lösen. Das heißt nicht, um da keine Missverständnisse zu kreieren, dass die Inzidenzzahl nicht ein wichtiges Frühwarnsystem wäre und auch bleibt, weil wir eben wissen, dass nach hohen Infektionszahlen, also nach hohen Inzidenzen, einige Wochen später wir dann auch Verläufe in den Krankenhäusern sehen. Aber wir dürfen nicht mehr alleine darauf schauen, weil die Durchimpfung eben dazu führt, dass ja nicht mehr die Infektionszahl, die Zahl der positiven Tests entscheidend ist, sondern es ist jetzt wichtig, darauf zu schauen, wer muss noch ins Krankenhaus, wer entwickelt schwere Verläufe. Denn eines, und das ist mir wichtig zu sagen, liebe Nora, müssen wir uns schon klar machen, und das kommt mir in der öffentlichen Debatte manchmal zu kurz, unser Ziel in der Corona-Krisenbewältigung, das besteht ja nicht darin, eine mathematische Kennziffer zu drucken. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird, sodass es keine Triage in Bayern gibt, dass es möglichst wenig schwere Verläufe gibt und dass möglichst wenige Menschen an Corona sterben müssen. Deshalb also zu diesem Teil deiner Frage, ja, weg von der alleinigen Fokussierung auf die Inzidenzzahl hin zu einem breiteren Blick auf die Pandemie, ganz wichtig bis zum Herbst, nicht mehr alle Corona-Regeln festmachen, nur an dieser Inzidenzzahl. Und wir Freien Wähler, wir freuen uns natürlich, weil wir es waren, die das immer gefordert haben, dass das jetzt auch von Wissenschaft so bestätigt wird. Wir sind, glaube ich, in dieser Pandemie bisher insbesondere deshalb ganz gut durchgekommen, weil wir auf den Rat von Wissenschaft gehört haben. Und es sollte nicht jetzt aufhören, wo Wissenschaft die Position der Freien Wähler bestätigt. Wir sollten weiterhin gut auf Wissenschaft hören, den Rat von Wissenschaft, in diesem Fall den Rat des RKI zur Umsetzung bringen. Beim Auf-Wissenschaft-Hören kann ich sozusagen nahtlos anschließen, Nora, zum weiteren Teil deiner Frage, nämlich zur Frage, wie halten wir es mit der Impfung von Kindern und Jugendlichen? Da gibt es ja im Moment noch keine RKI-Empfehlung, das zu machen für die Kleinsten, nur für bestimmte Gruppen, die ein höheres Risiko aufweisen. Und es gibt zwischenzeitlich trotzdem eine Diskussion. Und zwar eine Diskussion deshalb, weil verschiedene Politiker jetzt die ständige Impfkommission dazu aufgefordert haben, ihre Empfehlung zu überdenken, also vielleicht doch das Impfen für die Kinder möglich zu machen. Dazu ganz klar die Position der Freien Wähler. Ich sage nochmal, wir sind gut durch die Pandemie gekommen, weil wir auf Wissenschaft gehört haben. Corona ist ein medizinisches Phänomen, das interessiert sich nicht für Politik. Und deshalb sind wir wohl beraten, auch weiterhin auf Wissenschaft zu hören. In anderen Worten reformuliert heißt das, in der Pandemie berät Wissenschaft die Politik und nicht die Politik die Wissenschaft. Und deshalb empfinden wir es als Freie Wähler auch als eine Art der Frau, jetzt der Stiko zu sagen seitens der Politik, sie möge ihre Empfehlungen überdenken. Ich glaube, es ist wie mit der Demokratie. Man kann nicht nur Demokrat sein, wenn einem das Ergebnis passt. So ist es auch mit der Wissenschaft. Man kann nicht nur auf Wissenschaft hören. Man kann nicht nur der Expertise von Wissenschaft vertrauen, wenn einem das Ergebnis passt. Ich glaube, wir sollten uns sparen, auf diejenigen, die als Wissenschaftler fachliche Empfehlungen ergeben, loszugehen oder denen zu sagen, was sie zu empfehlen haben. Sondern wir sollten Wissenschaft ihre Expertise betreiben lassen und Politik daran orientieren. Deshalb Kinderimpfungen aus Sicht von uns Freien Wählern auf die Wissenschaft hören. Und im Moment gibt es dafür noch keine Empfehlung der Stiko, nur für einzelne Gruppen mit besonders hohem Risiko. Wenn sich das ändert, kann Politik darüber reden. Solange Wissenschaft aber eine Meinung hat, gilt es nicht, die Meinung von Wissenschaft in Frage zu stellen, die fachlich basiert ist, die wissenschaftsbasiert ist. Darauf zu hören war immer unser großer Trumpf in der Pandemie. Und jetzt, liebe Laura, noch zum letzten Teil deiner Frage, etwas ketzerisch von dir formuliert. Aber ich glaube, es war ein Zitat unseres Ministerpräsidenten. Freiheit nur für die Geimpften. Das halte ich ehrlicherweise und wir Freien Wähler für ein sehr problematisches Zitat. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass in einer liberalen Demokratie jeder selber über seinen Körper entscheiden muss. Und dass es in einer liberalen Demokratie notwendig ist, die Menschen vom Impfen zu überzeugen. Ich persönlich bin überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Impfen unser kollektives Tor zur Freiheit, zur Normalität ist. Und dass es deshalb gut ist, wenn sich so viele wie möglich impfen lassen, dass im Herbst nicht der ganze Corona-Wahnsinn wieder von vorne losgeht, sondern endlich wieder Freiheit und Normalität herrscht. Wir hoffentlich dann, wenn jeder ein Impfangebot hatte und diese kollektive Schutzverantwortung des Staates dann in die Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen übergeht, wieder alle Corona-Maßnahmen rückgängig machen können, wieder unser altes Leben, wie man das immer formuliert, zurückbekommen. Deshalb, ja, ich bin überzeugt, ich bin klar fürs Impfen. Aber ich glaube, wir dürfen das nicht mit einem Zwang versehen, weil das Wasser auf die Mühlen all dieser Corona-Leugner, all dieser Querdenker ist. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten und nicht einen Impfdruck aufbauen. Und vor allen Dingen dürfen wir auch nicht sagen, Freiheit nur für Geimpfte, weil es ja doch eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sich beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen gar nicht impfen lassen können, gar nicht impfen lassen dürfen. Und da würde ich es für ein fatales Signal halten, denen jetzt quasi zu sagen, Pech gehabt, dann gibt es für euch eben keine Freiheit. Ich glaube, diese Kopplung, die darf es auf keinen Fall geben. Wir müssen massiv überzeugen vom Impfen. Wir müssen davon überzeugen, dass unser Weg zur Freiheit und Normalität über das Impfzentrum führt. Ich begrüße deshalb ausdrücklich, und das finden wir Freien Wähler super, dass es jetzt dieses Impfen to go geben soll, dass wir die Hürden bürokratisch und zum Durchführen des Impfens so gering als möglich hängen, sodass viele Menschen hoffentlich vom Impfangebot Gebrauch machen. Aber wir dürfen keinen Impfdruck, keinen Impfzwang aufbauen. Eine Kopplung von Freiheit an die Frage des Geimpftseins, das ist nicht in Ordnung. Jeder muss in einer liberalen Demokratie selber über seinen Körper entscheiden können. Und Auftrag von Politik ist es, nicht anzuordnen, sondern zu überzeugen. So viel, liebe Nora, zu deiner Frage. Ich gehe es nochmal zusammenfassend durch. Positionierung von uns Freien Wählern zur Frage des Impfens. Ja, Impfen als Tor zur Freiheit und Normalität, aber ohne Zwang, ohne Druck, nicht gekoppelt an die Freiheit. Darüber hinaus Kinderimpfung auf Wissenschaft hören, nicht seitens der Politik sich anmaßen als affront, sozusagen Wissenschaft ihr Geschäft zu erklären, das immer nicht richtig beraten. Und ja, endlich empfiehlt es RKI. Und da freuen wir uns, weil wir auf Wissenschaft hören, was wir Freien Wähler immer schon vorgeschlagen haben, nämlich jetzt mal wegzukommen von dieser alleinigen Fokussierung auf den Inzidenzwert als alleinseligmachende Corona-Kennziffer. Da müssen wir uns breiter aufstellen, um gut durch diesen Herbst zu kommen. So viel für heute. Und wenn ihr auch hier eine Frage habt, dann postet die wie immer entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema. Kein Schaden, wenn es mal kein Corona-Thema ist. Wenn es wieder heißt, frag Fabian.